Hallo, ich möchte euch heute etwas zum Thema Sehnsucht nach einer Partnerschaft versus Selbstliebe erzählen. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einer Sitzung, die ich mit einer Frau geführt habe. Wir haben einen kleinen Dialog geführt und diesen Dialog möchte ich euch jetzt vorlesen. Meine Frage war, hat sie im vergangenen Leben, das sie vorher gesehen hat, ein Versprechen gegeben, das das jetzige Leben beeinflusst? Ja, und das war das Versprechen, das sie damals mit einem Partner hatte, wir werden uns über den Tod hinaus lieben. Meine Frage war dann, was macht das mit ihr? Sie ist hier, um die Liebe zu leben, aber die Männer halten das nie ein. Frage, was ist die Lösung? Wie geht sie am besten damit um? Und die Antwort war, sich nicht so zu versteifen. Meine nächste Frage war, wenn sie in das Leben kommt mit der Absicht, dass die Beziehung zwischen zwei Partnern der Lebensmittelpunkt ist und dass es sonst nichts anderes gibt, was passiert dann? Wenn das nicht funktioniert in diesem Leben, dann ist das ganze Leben nichts. Da war meine Frage, was stimmt denn, wie kann man das relativieren? Die Antwort war, dass man vieles lieben kann. Was kann man denn alles lieben? Die Natur, die Mitmenschen, Kinder. Das heißt, der Glaubenssatz, dass nur die Liebe zwischen Partnern zählt, schränkt sie ein wenig ein. Was ist denn dann wichtig für dieses Leben? Sie muss sich zuerst einmal selbst lieben. Und meine Frage war, wie kann sie sich denn selbst mehr lieben? Sage alles, habe ich zu ihrem hohen Selbst gesagt, was sie wissen soll. Sie kann das Leben auch allein genießen. Selbst ist man der beste Freund. Und dann war meine Frage, wie würde sich das anfühlen, wenn man sich selber so richtig liebt und sich selber genug ist. Wie fühlt sie denn das? Die Antwort war, wie ein Vibrieren. Und wo spürt sie das? Überall. Und wie kann sie dieses Gefühl erzeugen? Sie soll meditieren. Das tut so gut, wenn sie das öfter macht. Sie lernt sich selbst schätzen und auch zu genießen. Das muss nicht mit einem Mann unbedingt passieren. Das kann sie auch selbst haben. Das heißt, wenn man sich nach einer Partnerschaft sehnt und große Erwartungen an einen Liebespartner hat, dann ist es empfehlenswert, dass man zuerst einmal sich selbst lernt zu lieben und sich selbst lernen zu schätzen und sich eine schöne Zeit macht. Und wenn man sich selbst meditiert und diese Liebe im ganzen Körper fühlt. Wenn du dich selber liebst und dein Leben alleine auch genießen kannst, dann kommt automatisch ein Partner dazu, der sich mit dir dann perfekt ergänzt. Okay.